Dirk Müller verrät uns heute, deswegen sind Kryptowährungen und der digitale Euro möglicherweise gefährlich. Das macht Dirk Hoffnung und diese schönen Entwicklungen kann es in Deutschland in Wirtschaft und Politik dieses Jahr tatsächlich noch geben. Aber Dirk Müller sagt auch, Deutschland wird pervertiert und ausgeplündert. Was er damit meint, wie das alles zusammenpasst, das gibt es heute im neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marek Kobotsch, Leitung Digital bei Börse Online und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Dirk Müller. Ja, denn wir haben heute Dirk Müller zu Gast. Ihr kennt Dirk Müller sicherlich alle. Börsenexperte, Fondsmanager und er betreibt auch den YouTube-Kanal Cashkurs, den wir euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Hallo Dirk, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Mann, grüß dich, servus. Ja, Dirk, am Anfang ein bisschen provokant gefragt, wie viel Lust hast du denn auf die 20-Stunden-Woche? Was, wie viel Lust ich auf die 20-Stunden-Woche habe? Wie viel Lust du darauf hast, noch 20 Stunden zu arbeiten? Wie viel Lust ich auf die 20-Stunden-Woche habe? Eigentlich überhaupt keine, weil ich unglaublich gerne arbeite. Und ich meine, es gibt vieles, was ich gerne mache, aber ohne Arbeit könnte ich gar nicht. Und deshalb 20 Stunden, naja, ich würde übertrieben sagen, das hast du am Tag. Nein, so schlimm ist es ja auch nicht. Aber ich sage mal, wer seinen Job gerne macht und wer für das, was er tut, brennt, für den ist eigentlich Arbeitszeit auch gar keine Arbeitszeit, sondern einfach Teil seines Lebens. So was früher auch. Der Schmied, der war nicht von 8 bis 16 Uhr Schmied und danach war er irgendwas anderes, sondern der war rund um die Uhr Schmied. So, und wenn was gebraucht war, dann hat er seinen Hammer in die Hand genommen. Und heute, mir geht es genauso und ich glaube, jedem, der seine Arbeit gerne macht, der ist gut beraten, das ähnlich zu sehen, zu sagen, ich bin mein Beruf, das ist Teil meines Lebens und nicht nur eine Facette, die ich dann an- und abknipse, wie es mir gerade passt, sondern idealerweise verbindet man das und macht seinen Beruf gerne und dann macht man ihn auch den ganzen Tag. Dann ist es auch gar kein Unterschied zwischen Privatleben und Beruf. Na klar, wer an der Stanze steht oder da bleibt es nicht anders aus und die Stechuhr klingelt. Aber ansonsten, ich glaube mal, viele identifizieren sich mit ihrem Job und sind es eigentlich permanent. Ja, warum ich das frage? Die Bundessprecherin der jungen Grünen, Katharina Stoller, war ja bei Markus Lanz letzte Woche und fiel halt mit ein paar, sagen wir es mal, im besten Fall interessanten Ideen auf. Sie will erst mal eine 30-Stunden-Woche, dann eine 20-Stunden-Woche und sie würde gerne das Bürgergeld verdoppeln. Dirk, auch nochmal provokant gefragt, bevor wir dann seriöser werden, wenn das Bürgergeld jetzt verdoppelt wird, du hast zwar gesagt, du machst deine Arbeit gerne, aber würdest du dann sagen, ach komm, mein Fonds, das soll jemand anders machen, ich streiche jetzt das doppelte Bürgergeld ein? Also ich würde es ganz sicher nicht machen, aber tatsächlich gibt es viele Leute, die das machen und das sind die richtigen Forderungen. Also wenn man das Land abwracken will und wenn man das hier alles, ja ich sag mal, beerdigen möchte, dann ist das genau die richtige Weise, das zu tun. Kann man gerne so machen. Klar, ganz viele Leute möchten am liebsten nichts arbeiten und dafür wunderbares Leben führen und mit viel Gratisgeld kann man ja auch ein ganzes Stück weit kommen, wenn man seine Ansprüche nicht allzu hoch schraubt, aber selbst da, also man kann durchaus Spaß damit entwickeln und tatsächlich, ich war gestern Abend, war ich als Beispiel in meinem Lieblingsrestaurant, ein kleines griechisches Restaurant hier im Ort und die haben seit vielen, vielen Monaten ein Riesenproblem, nämlich sie haben zu viel Arbeit und niemanden, der ihnen hilft. Sie sind am Verzweifeln, das Besitzerehepaar mit den Tränen nahe, weil sie vor lauter Arbeit nicht mehr wissen, was sie noch tun sollen und sie finden niemanden, der bereit ist, im Service zu helfen. Egal, was sie versucht haben und das versteht man, wer will, ja wir haben hier Millionen Menschen in Deutschland, die arbeiten könnten, die Geld bekommen vom Staat, aber nicht arbeiten gehen. Und er sagt, wenn mir jemand vom Arbeitsamt geschickt wird, die kommen durch die Bank weg, unisono alle schon mit der Ansage, dass sie gar nicht arbeiten wollen, dass sie nur die bestätigen wollen, dass sie hier waren und arbeiten möchte gar keiner mehr. Warum? Weil das Bürgergeld und das, was sie bekommen, völlig ausreicht und sie sagen, ja, wenn ich jetzt was arbeite und für einen normalen Stundenlohn, dann habe ich am Ende nicht mehr, aber ich muss dafür eine Tätigkeit machen, die ich vielleicht gar nicht so wahnsinnig gerne mache, sondern dann bleibe ich doch lieber zu Hause. Also wir haben ein vollkommen falsches Anreizsystem und das führt dazu, dass wir ein System haben, in dem die Menschen fürs Nichtstun bezahlt werden, was ja aber am Ende auch nicht glücklich macht, weil man hat ja dann keine Erfolgserlebnisse, man hat keine Selbstbestätigung, nur das Geld kassieren ist natürlich bequem, aber es macht frustriert auch auf die Dauer und dann kommen auch ganz blöde Ideen. Also von daher, ich glaube, wir haben ein völlig falsches Anreizsystem und das, was du gerade angesprochen hast, das führt dazu, dass dieses Anreizsystem noch schlimmer wird. Das heißt, wir haben viel Arbeit, die nicht gemacht wird, unglaublich viele Arbeitskräfte, die arbeiten könnten, aber nicht arbeiten, weil sie das Geld umsonst bekommen. Naja, wer sich das zurückschaut auf die letzten seit 1945, dann gilt so dieser alte Spruch, die erste Generation baut es auf, die zweite Generation erhält es und die dritte richtet es zugrunde. Offenkundig haben wir hier die gleiche Situation wieder. Auf der anderen Seite muss man sagen, teils sind ja auch jüngere Leute bereit, viel zu tun und viel zu arbeiten, vielleicht nicht mehr so in der Breite wie früher, was vielleicht auch meiner Generation, ein bisschen älter, ein bisschen jünger, aber auch schwieriger gemacht wird. Wir sollen einerseits für die Rente Geld zurücklegen. Thema Rente, kommen wir gleich auch noch zu, ist ein Problem. Jetzt explodieren aber auch zusammen mit der Rente weitere Sozialkosten. Es wird immer teurer, also der Anreiz zu arbeiten wird immer schwieriger und wir wissen gar nicht, ob wir später, wenn wir mal in Rente gehen, das alles bekommen, was uns jetzt versprochen wird. Und da gab es auch eine Studie von den jungen Unternehmern und den Familienunternehmen, die gesagt haben, wenn die Sozialkosten weiter steigen, auch über die Grenze von 50 Prozent, dann sind die Leute weg. Also dann geht die junge Generation aus Deutschland und wandert aus. Wie siehst du das? Das sehen wir ja jetzt schon. Also ganz, ganz viele junge Leute, die bereit sind, Leistung zu bringen. Und nochmal, wenn ich eben so ein bisschen über die Generationen so ein bisschen spöttisch gewirkt habe, das geht natürlich nicht verallgemeinern. Du hast unglaublich viele unglaublich, sehr, sehr Arbeitswillige und Leute, die was aufreißen wollen in allen Generationen. Und zu allen Generationen hattest du Leute, die gesagt haben, ach nee, lass mal, na, ohne mich. Das ist die Frage, welche Dimensionen nimmt das an? Wie viele sind das? Ein paar kannst du stemmen, wenn es aber plötzlich eine große Menge ist und da wirst du mir nicht widersprechen, wenn ich, egal mit wem ich heute spreche, die Einstellung der heutigen jüngeren Generation ist eine andere zur Arbeit. Also früher hat man alles getan für seinen Job. Heute heißt es, Chef, was kannst du heute für mich tun? Ich muss mein Work-Life-Balance in Ordnung bringen und das muss alles in Richtung stellen. Dann muss ich die Kinder noch betreuen und dies oder jenes, was früher gar keine Diskussion war. Also es hat sich was verändert, was aber eine vollkommen normale Entwicklung ist, eine reifende, eine sich entwickelnde Gesellschaft. Man sagt jemandem, die nächste Generation soll es besser haben, die müssen das jetzt nicht mehr so. Und auch für dem, was schon aufgebaut ist, sind die Bedürfnisse geringer. Es ist niemand muss mehr die erste Generation nach dem Krieg, die musste sich, entschuldige den Ausdruck, den Arsch aufreißen, um nicht zu verhungern. Und die Frage stellt sich heute nicht mehr. Heute ist nur die Frage, naja, kann ich mir das neueste iPhone leisten oder muss ich mit den zwei Generationen zurück noch zurechtkommen? Also wirklich für die meisten Menschen ist Hunger und das kein Thema. Also Existenznot, sondern es sind Luxusprobleme am Ende. Und für die ist man im Zweifel auch nicht unbedingt bereit, so hart zu arbeiten. Und das heißt, diese Entwicklung ist für reife Gesellschaften durchaus normal. Und wie das jetzt auch mit der Altersvorsorge ausgeht, das wird ein Riesenproblem sein. Wir müssen davon ausgehen, dass sich das so nicht mehr erhalten lassen wird. Jeder wird irgendwie für sich selbst versuchen, vorzusorgen. Der Staat wird versuchen, über die nächsten Jahrzehnte auch dann mit Bürgergeld und kostenlosen Bürgergeld und bedingungsloses Grundeinkommen etwas vorzubereiten. Das könnte, wenn man ja utopisch denkt, über die Zukunft der Arbeit nachdenken. Die Roboter machen alles, die Künstliche Intelligenz macht alles. Wir müssen viele Arbeiten nicht mehr tun. Wir müssen dann nur noch sehen, dass alle daran beteiligt werden. Da kann man eine tolle Utopie draus bauen. Das könnte eine tolle Geschichte werden. Leider ist abzusehen, dass es wohl in eine andere Richtung geht, sondern dass am Ende sich die Leute um die Arbeit, die noch da ist, dann prügeln werden, die arbeiten wollen. Und am Ende sehr niedrige Gelder auch noch bezahlt werden, weil, naja, du bekommst ja alles kostenlos vom Staat. Dann reicht es ja, wenn du für 10 Euro die Stunde von mir extra noch mal was bekommst. Also da wird sich sehr, sehr viel verändern. Ich glaube nicht, dass wir auf großen Luxus in Zukunft hoffen müssen, was uns da der Staat oder die Rente bringt. Man wird sehr viel selbst vorsorgen müssen. Wobei auch hier dann die Frage bleibt, wenn immer mehr Geschenke verteilt werden, wenn immer mehr kostenlos bezahlt wird und Bürgergeld bezahlt wird und weniger Arbeit dafür notwendig ist und Krankenkasse bezahlt wird. Und auch bei der Zuwanderung, wenn man da sieht, welcher Missbrauch da geduldet wird. Das ist ja teilweise wirklich abenteuerlich bei aller Berechtigung in vielen Bereichen. Aber vieles ist schlichtweg Wahnsinn und abenteuerlich und die ganzen Kosten zusammennimmt. Dann muss man sich dort die Frage stellen, okay, wo muss das herkommen? Natürlich von den wenigen, die noch Leistung bringen, die arbeiten. Und die werden entsprechend immer weiter gerupft. Und die, die können, gerade auch in der jungen Generation, das angesprochene Kreis deiner Frage schließt sich hier, die hauen ab. In Dubai, da ist das blühende Leben, gerade mit einem lieben Freund gesprochen, der dort auch viele Monate im Jahr verbringt, der sagt, das ist der Wahnsinn hier. Hier ist ein Aufschwung, hier sind nur die Leistungswilligen und Europa drehen, vor allem Deutschland, drehen die den Rücken. Und wer, ja ich sag mal, nicht so der Scholle verbunden ist, der sucht sein Glück im Ausland, der sucht sein Glück in anderen Staaten, wo er da mehr Unterstützung kriegt. Gerade, wie gesagt, Dubai ist ja momentan so das Eldorado für alle, die etwas aufbauen wollen. Leider auch für vier Zwiebelichtige, aber das ist ein anderes Thema. Ja, du hast es nochmal angesprochen, Dirk, das Thema Rente. Da hatten wir letzte Woche ja auch die sogenannte Rentenrevolution. Ich sag mal so, Stand jetzt, was ja immer wichtig ist, was für mich auch viele Leute immer nicht begreifen, die Rente ist ja schon jetzt gescheitert. Sage ich so, weil schon jetzt müssen ja über 100 Milliarden jedes Jahr von Steuergeldern in die Rente einbezahlt werden. Also dieses, ich erwirtschafte Geld und zahle das in die Rentenkasse ein, so wie es ja läuft, und in ein, zwei Monaten wird es an die Rente ausgezahlt. Das funktioniert ja so, also schon jahrelang nicht mehr. Wird uns aber immer noch so verkauft, als wenn das alles halbwegs funktioniert. Das wird ja jetzt schon mit Steuergeld nachgeschmissen. Teile dieses Steuergeldes sollen ja jetzt auch am Kapitalmarkt angelegt werden. Denkst du, das kann nochmal ein bisschen was helfen? Ich meine, die Regierung sagt, okay, das wird jetzt nicht alle Probleme lösen, aber es soll einen kleinen Beitrag leisten. Wie siehst du das aktuell? Also das Rentensystem, wie es früher mal war, das hatte durchaus seine Berechtigung und es wurde aber schon vor Jahrzehnten völlig pervertiert und ausgeplündert. Die Regeln wurden so verändert, dass dieses ursprünglich gute Rentensystem schlichtweg nicht mehr funktionieren konnte. Und dann hat man dem System die Schuld gegeben, anstatt zu erkennen, dass man schlichtweg Missbrauch betrieben hat und dieses System zu einem nicht funktionierenden umgebaut hat. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist lange her, lässt sich heute nicht mehr zurückdrehen. Sondern jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Jetzt geht man, sagt man, die Leute sollen in die Kapitalmärkte gehen, sollen dort ihr Geld anlegen und sollen da dann der Staatliche Unterstützung dort vorsorgen. Ich erinnere an das Thema Riester-Rente, was, ich habe damals schon gesagt, das wird nicht funktionieren, das ist ein Riesenscheiß. Ihr versaut es mal wieder und genau so war es. Heute geht ihr auf die Riester-Rente und sagt, das war eine Scheiß-Idee. Ich sage, ja, war klar, dass es eine Scheiß-Idee ist. Aber das interessiert dann nicht. Es sind dann politische Gründe und keine wirtschaftlichen Gründe. Oder es sind dann schlichtweg Lobbygruppen, die hinten dran sagen, da können wir Kohl fahren, da verdienen wir es dumm und durstig. Der Kunde hat am Ende nichts von, aber wir Banken und wir Finanzdienstleister, wir haben dann richtig Geld mitgemacht. Und die machen entsprechende Lobbyarbeit dann bei den Politikern. Die kapieren es sowieso nicht und sagen dann, ja, dann wird es wohl so sein, dann machen wir das. Und 20 Jahre später stellst du fest, dass das alles ein Humbug war. Und jeder sagt, ja, können wir nichts dazu. War ja die Politiker damals. So, und jetzt kommen die Nächsten und kommen wir mit den nächsten Klucken und denen um die Ecke. Und grundsätzlich kann man an den Kapitalmärkten sicherlich vernünftige Dinge tun. Meine Erfahrung mit politischen Entscheidungen, mit staatlichen Entscheidungen ist, vergiss es, da kommt nichts bei rum. Ich halte es inzwischen, man sehe mir nach, dass ich eine große Frustration gegenüber der Politik habe. Ich bin inzwischen der Einschätzung, es ist vollkommen egal, in welcher Form der Politik du lebst. Es ging seit Jahrhunderten, ging es nie darum, was für die Menschen gut ist, sondern nur, was denen oben nutzt, was denen nutzt, die an der Macht sind, sei es in Verantwortung der Politik oder an denen dranhängend. Aber was für die Masse der Bevölkerung gut ist, hat in seltenen Fällen interessiert und das ist heute nicht anders. Am Ende bleibt ja aus meiner Sicht nichts anderes übrig, als sich weitgehend auf dich selbst zu überlassen, selbst das aufzubauen, selbst dich um deine Zukunft zu kümmern, zu überlegen, wie kann ich für mich persönlich auf die nächsten Jahre selbstverantwortlich meine Versorgung sicherstellen und sich so wenig wie möglich auf staatliche Programme oder Ideen verlassen. Im Zweifel bist du dann verlassen. Das heißt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja, wenn du es schon ansprichst, Dirk, wie machst du denn das jetzt oder was würdest du dann empfehlen? Wie sorgt man jetzt für die kommenden Jahre vor? Das kommt natürlich für jeden Einzelnen darauf an, wie seine persönliche Situation aussieht. Das kannst du nicht verallgemeinern. Meine Situation ist jetzt natürlich aufgrund meiner Selbstständigkeit, aufgrund meiner Firmen, die ich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut habe, eine andere als jemand, der im Angestelltenverhältnis oder im Beamtenstatus steht. Du kannst es nicht verallgemeinern. Jeder muss für sich sagen, okay, welche Möglichkeiten habe ich, sich eigene Vermögenswerte anzuschaffen, zu überlegen, was sind relativ sichere Anlageformen, mit denen ich auf die Zukunft, auf die nächsten Jahre an positiven Entwicklungen der Wirtschaft partizipieren kann oder an Preisentwicklung partizipieren kann. Und da hat auch jeder seine eigenen Vorstellungen davon. Also meine Überzeugung ist nach wie vor, dass die starken Unternehmen dieser Erde, die die Welt mehr oder weniger beherrschen, von denen absehbar ist, dass sie die nächsten 10, 15, wahrscheinlich auch 20 Jahre noch gute Geschäfte machen werden, dass man da keinen Fehler macht, wenn man sich an diesen Unternehmen beteiligt, weil die immer größer werden, immer größere Teile der Welt abdecken, ihre Gewinne machen. Und an diesen Gewinnen kann ich mich beteiligen, habe dann später ein passives Einkommen, weil diese Unternehmen für mich arbeiten. Also das gelten auch zum Beispiel dividendenstarke Titel dazu. Gerade in jungen Jahren, man lacht immer beispielsweise über eine Telekom oder über eine BASF, weil die in der Kursentwicklung ziemlich langweilig sind. Aber man darf nicht vergessen, dass eine BASF zum Beispiel derzeit eine Dividendenrendite von 7% auswirft. Und die haben seit ewigen Zeiten, haben die eine extrem stabile Dividendenpolitik. Und wenn man jedes Jahr diese Dividende wieder neu investiert in die gleiche Aktie, dann kommen über die Jahre, kommen da ganz, ganz tolle Ergebnisse durch den Zinseszinseffekt zustande. Und am Ende, nach 20, 30, 40 Jahren Arbeitsleben, je nachdem, wann einer damit anfängt, kommt dann fast Vernünftiges bei raus. Man hat einen ordentlichen Posten dieses Unternehmens, Aktien dieses Unternehmens und die entsprechende Dividendenrendite auf den dann vorgenommenen Gewinn, der ja viel höher sein wird als der heutige, insgesamt genommen und auf den viel höheren Aktienprosten. Das bedeutet, dass dann durchaus Leute dann eine Dividendenrendite auf ihr ursprünglich mal angelegtes Kapital von 40, 50% pro Jahr haben. Also man muss nur früh genug anfangen. Deswegen, das ist für mich ein der wichtigen Themen. Gute Unternehmen, stabil, keine Meme-Aktien, keine Zocker-Aktien. Da kannst du Lotterie spielen. Kann man machen, ist schön, ist lustig. Wenn man Geld übrig hat, kann man damit zocken. Das will ich gar niemandem ausreden. Aber wenn es um die Altersvorsorge geht, gute, stabile Aktien und die in idealer Weise kaufen, wenn es mal günstig ist, wenn man sich darüber keine Gedanken machen will, einfach jedes Jahr oder alle Halbjahr eine kleine Portion wegpacken. Mal kaufst du teuer, mal billig. Und das ist eigentlich schon mal eine sehr, sehr gute Basis. Dazu kann jeder für sich dann noch beipacken, was er möchte, ob er ein bisschen Gold mit beipackt oder eine Immobilie kauft, wenn er sich damit auskennt. Aber da muss man wieder viel Arbeit und Gedanken und Kenntnis auch reinstecken. Und man weiß auch nicht, was die Zukunft diesbezüglich bringt. Für mich sind die Aktien schlichtweg am einfachsten zu handeln, am liquidesten und sind für mich die Grundlage allen. Ich selbst habe für mich natürlich dann auch erweitert. Ich habe ein gerüttelt Maß an Aktien, kann man sich vorstellen, in meiner Situation, in meiner Position. Aber ich habe natürlich auch Edelmetalle. Ich habe sogar in Whisky teilweise investiert, weil es mir eine Freude ist, weil es mir Spaß macht. Aber das ist dann wirklich so ein Nebenaspekt, so ein kleiner Randstein nebendran. Da kann jeder für sich entscheiden, wo kenne ich mich aus, wo habe ich Freude dran, was kann ich machen. Aber das Hauptgeschäft sollte natürlich, Altersvorsorge auf Whisky würde ich keinem empfehlen, sondern wirklich auf guten Unternehmen aufzubauen. Wenn es nicht läuft, Achtung, blöder Spruch, wenn es nicht läuft, dann kann man ja immer noch den Whisky verkonsumieren. Tatsächlich ist das so blöd, das klingt, ist das natürlich eine gute Argumentation, wenn jemand gerne Whisky trinkt, zu sagen, es ist doch vollkommen egal, entweder in 20 Jahren ist dieser Whisky mehr wert, dann hat sich meine Investition ausgezahlt, oder es interessiert sich kein Schwein mehr dafür, dann kann ich die besten Whisky selber trinken. Da weiß man ja nicht mal, auf was man hoffen soll. Also von daher eine Win-Win-Situation für jemanden, der Whisky mag. Aber tatsächlich mit all solchen Investitionen, jetzt mal mit dem Schmunzeln, ob das auch Gemälde oder sonstige Dinge sind, da hast du natürlich die Rendite vor allem erstmal an der Freude daran, an der Freude mit der Beschäftigung, mit dem jeweiligen Ding. Wenn es am Ende auch noch einen Gewinn bringt, ist das schön, aber das sollte da nicht im Vordergrund stehen. Deshalb war das jetzt nur ein Einschränk. Du hast auch Gold angesprochen, und Gold hat ja auch ein neues Allzeithoch gemacht, ebenso wie Bitcoin. Was hältst du von Kryptowährungen? Wenn ich dich so von den Sachen lese oder schaue, dann bist du bei Kryptowährungen eher verhalten, oder? Ja, das ist so. Ich mag sie einfach nicht. Also ich habe immer gesagt, ja, man kann da drin zocken, man kann da drin mitspielen, und man kann damit wahrscheinlich auch sehr, sehr gutes Geld verdienen. Gar keine Frage. Die hohen Schwankungen wird man aushalten müssen. Ob die irgendwann wieder in sich zusammenbrechen und irgendwann verschwinden, kann kein Mensch wissen. Ich weiß es auch nicht. Kann der Bitcoin auf 150, auf 200.000, weiß ich wohin gehen. Ja, klar kann der das. Es ist einfach, es gibt da keine Mathematik, wo man sagen kann, oh, das ist jetzt ein fairer Preis. Ich habe keine Erträge, ich habe keine Zinsen, ich habe keine volkswirtschaftliche Leistung, die darunter steht, ich habe keinen industriellen Nutzen. Das wird nicht mal für irgendwelche Käufe, Verkäufe verwendet. Das ist ein reiner Selbstzweck. Und die Frage ist nur, was zahlt mir morgen einer dafür? Das kann 500.000 sein, es kann eins sein. Niemand weiß es, und deshalb ist das für mich ein bisschen ein Glücksspiel. Kann man mitmachen, je mehr da reinlaufen, umso größer wird das. Jetzt steht wieder ein Split an. Und da erwartet man nach Hafing, da erwartet man wieder, dass jetzt wieder weniger produziert werden und der Preis noch mehr ansteigt durch die ETFs. Ja, maybe, da kommen jetzt noch mehr Leute rein, der kann durchaus weiter steigen. Aber der kann genauso gut, morgen interessiert es keinen oder alle brauchen Geld, irgendwas Schlimmes passiert. Oder die Regierung sagt an irgendeiner Stelle, oh, ist doch für uns zu viel Graumarkt. Wer damit bezahlt, der ist kriminell und die ETFs verbieten wir wieder. Wer weiß das schon? Also für mich ist das etwas, das kann man machen. Würde ich meinen Altersvorsorgang aufbauen? Nein, spricht was dagegen, sich ein bisschen was nebenbei reinzupacken, wenn man glaubt, auch könnte ja durchaus, da spricht auch nichts dagegen. Also man kann das machen. Ich selbst, wie gesagt, bin kein großer Freund davon. Ja, Dirk, ich sehe, du bist skeptischer bei Kryptowährungen. Du sagst auch teils, dass Kryptowährungen sozusagen der Einstieg in die CBDCs sind, also die Zentralbankwährungen. Und da äußerst du dich schon hin und wieder skeptisch über den digitalen Euro. Was findest du daran am digitalen Euro nicht gut? Ich habe die große Befürchtung, wie gesagt, ich traue Regierungen grundsätzlich nicht. Man ist seit Anbeginn der Menschheit gut beraten, Regierungen grundsätzlich misstrauisch gegenüberzustehen. Das heißt nicht, dass man sie abschaffen sollte. Man braucht ja die Regierung, aber man muss sie auch immer infrage stellen, muss ihnen immer alles übel auch zutrauen. Wenn sie eine Möglichkeit haben, dann wird es sehr oft leider auch missbraucht. Und der digitale Euro bietet die Möglichkeit, und wir haben gerade die technischen Ausarbeitungen diesbezüglich der Bundesregierung schon gesehen, dass da perspektivisch eine Programmierbarkeit geplant ist. Und das bedeutet, dass man individuell sagen kann, du XY, du hast jetzt schon viel zu viel Fleisch gegessen, du isst mal kein Fleisch mehr, oder du hast viel CO2 verbraucht, du bist mal für die nächsten zwei Wochen von vielem ausgenommen. Und das könnte auch durchaus in späteren Jahrzehnten, wir wissen doch nicht, wie totalitär vielleicht eine Regierung in 20, 30, 50 Jahren ist. Wer weiß denn, wer dann an der Regierung sein wird. Und dann könnte man das auch nutzen, die Opposition abzuschalten, zu sagen, jeder, der ein kritisches Wort macht, der an einer Demonstration teilnimmt, der wird per Knopfdruck von seiner digitalen Währung abgeklemmt. Und der kauft sich nicht mal ein Brötchen. Solange ich einen 10-Euro-Schein habe, kann ich, ohne dass die Leute mich kennen, überall ein Brötchen kaufen, einen Kugelschreiber kaufen, ein Plakat entwerfen oder sonstige Dinge tun. Aber wenn es perspektivisch nur noch ein digitales, programmierbares, mir direkt zuordnbares Geldsystem gibt, dann kann ich per Knopfdruck von jeder totalitären Regierung aus dem Leben herausgenommen werden. Ich kaufe mir nicht mal mehr ein Brötchen. Und diese Gefahr sehe ich sehr stark. Deshalb bin ich digitalen, kontrollierten Währungen sehr kritisch gegenüber. Ja, ich weiß, Bitcoin ist es angeblich nicht. Wobei wir inzwischen auch ja feststellen, dass überall die Geldwäsche-Verordnungen greifen, dass überall die Kontrolle greifen. Versucht nochmal, Bitcoin anonym zu kaufen. Viel Spaß dabei. Ohne dass das irgendwo nachvollziehbar wird. Das mag für ein paar Nerds in Saudi-Arabien möglich sein, aber sicherlich nicht für uns hier, den normalen Jungen-Nutzer. Sondern wenn die Regierung eines Tages sagt, so, und da haben wir keinen Spaß mehr dran, weil da ist zu viel Missbrauch, dann gibt es den Leben auch nicht mehr. So, das kann dir natürlich bei Gold auch passieren. Es kann auch ein Goldverbot geben und viele andere Dinge mehr. Und auch da kann man es dann vergraben. Den Bitcoin kann man gleich auf irgendein anderes Wallet bringen. Es gibt immer Möglichkeiten, wenn man kriminell werden will, Dinge auch zu umgehen. Die Frage ist, wie viele Jahre Gefängnis nimmt man in Kauf, um es zu tun. Ich würde es weder beim Gold noch beim Bitcoin tun. Tatsächlich, Bitcoin hat noch viel Ähnlichkeit mit dem Gold. Sind wir uns einig, kann man vieles mit vergleichen. Der einzige wesentliche Unterschied für mich ist, dass in Gold das Vertrauen der Menschheit seit 5.000 Jahren gespeichert ist und die Menschen das so verinnerlicht haben und in Bitcoin jetzt gerade mal seit 2009 als durchaus überschaubarer Zeitpunkt und dieses Vertrauen ist viel, viel schneller zu brechen als eines, das seit 5.000 Jahren besteht. Ja, spannend, dass du es ansprichst, auch dieser Zweikampf immer, Bitcoin und Gold. Wir haben am Wochenende ein Interview mit Tim Schieferstein vom Gold-Silber-Shop dazu geführt. Das verlinken wir euch auch mal in der Videobeschreibung. Da hat er nämlich auch was zugesagt zu der Koexistenz von Gold und Bitcoin. Was man aber sagen muss und was man auch immer sieht, Dirk, Kryptowährungen haben letztes Jahr, als es die Regionalbankenkrise in den USA profitiert, sie haben jetzt auch am Jahresanfang wieder profitiert, denn was wir in Deutschland gar nicht so mitbekommen haben, das US-Bankensystem, ich will jetzt nicht sagen, es wackelt, aber es knirscht schon wieder im Gebälk. Und lustigerweise, es war Zufall, aber heute am 11. März läuft, jetzt muss ich nämlich nochmal gucken, wie das heißt, von der FED das Bank Term Funding Program aus. Das war ein Programm, was vor einem Jahr aufgelegt wurde, um die Regionalbanken in den USA mit Liquidität zu versorgen. Es scheint erstmal ganz gut geklappt zu haben, aber ab heute ist der Geldhahn scheinbar erstmal zu und in den folgenden Monaten müssen die Banken rund 160 Milliarden Dollar zurückzahlen. Kommt da wieder Ungemach auf uns zu oder sagst du, nee, das ist jetzt geklärt, das sind jetzt nur noch die restlichen Überbleibsel von dieser Regionalbankenkrise? Nee, nee, also grundsätzlich ist da gar nichts geklärt, sondern das geht ja munter weiter. Die Immobilienpreise brechen dramatisch zusammen in den USA für die Gewerbeimmobilien. In China sehen wir das Gleiche, die Immobilienpreise massiv unter Druck. Das heißt, die Grundproblematik weitet sich immer mehr aus. Die Frage stellt sich erstmal nicht. Die Krise ist immanent und sie wird immer härter, immer schwerer und wird auch immer mehr Banken, gerade von den kleineren Banken, zunächst mal treffen. Aber die Frage ist, was lässt man zu? Und wir sehen, dass in den letzten, seit 2000 bis spätestens 2009, gerade in den USA, die Regierung, im Zweifel auch die Notenbank, alles tun, um jede Krise irgendwo wieder einzufangen. Natürlich mit der Druckerpresse und mit Dingen, wo man sagt, okay, irgendwie entspricht das nicht unbedingt dem, was man als Marktwirtschaft empfindet, aber es wird getan. Wie lange und wie oft sie das machen, das ist genau die Gretchenfrage. Solange sie das tun, solange funktioniert alles. Aber auch hier kommt wieder meine Einschätzung zu sagen, ich traue niemandem. Ja, also wer sagt mir denn, dass die nicht in einem halben Jahr auf die Idee kommen und sagen, nö, und jetzt halten, jetzt sichern wir nicht mehr. Jetzt lassen wir es absaufen. Warum? Weil wir gerade das Interesse daran haben, weil jetzt alle glauben, dass es sicher ist und weil jetzt unsere Freunde bei den großen amerikanischen Banken und was ich, wie auch alles, jetzt diese einbrechenden Kurse wunderbar für sich nutzen können. Wir sehen vielleicht ganz andere Interessen plötzlich im Spiel. Ich sage seit vielen Jahren, dass das, was wir als Kapitalmärkte vor allem an Börsen kennen, das hat wenig zu tun mit dem, was es vor vielen Jahrzehnten mal war. Ein relativ, ja, ich sage mal, ausgeglichener Markt, der sich gefunden hat. Wir reden heute aus meiner Sicht über ein hochgradig manipuliertes Casino und wir, du wie ich, als Profi oder Semiprofi oder Laie, wir sind, wir versuchen hier irgendwie zu überleben drin in diesem Haifischbecken, aber es ist ein manipuliertes Casino am Ende und du weißt nie, was der große Kruppier als nächstes tut. Die Kugel, du berechnest die, dann fällt die auf die 13, das hast du genau berechnet und im letzten Moment nimmt er sie aus dem Feld raus und setzt sie auf die 21 und du kannst nicht mal was gegen machen. Er sagt, so, das ist die Situation. Das heißt, solange die Regierung und die FED sagen, nö, wir lassen das nicht absaufen, wir retten das, solange wird das gerettet, dann machen sie halt den nächsten Nothahn auf, dann wird halt wieder irgendein neues Gesetz verabschiedet. Wir garantieren alle Gelder auf allen Konten, who cares? Oder sie machen es plötzlich morgen nicht mehr. Na, das würden die nie tun. Da sage ich, das haben wir 2008 auch gesagt, das würden die nie tun. Und plötzlich wachen wir auf und Lehman ist nicht mehr da. Das ist immer die Frage, welche Interessen hat wer gerade? Und plötzlich hatte eben in den USA jemand ganz oben ein Interesse, dass Lehman morgen nicht mehr da ist und dann hat man das so entschieden. Und dann war die Aufregung groß. Wer sagt, dass das in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren nicht wieder der Fall ist, dass man wieder irgendwas gut findet, was passiert? Ich weiß es nicht. Ich traue keinem wirklich über den Weg und deshalb halte ich alles für möglich. Ja, wir sehen die Krisen, wir sehen die Situationen, wir sehen die Möglichkeiten, dagegen anzugehen oder sie einzudämmen oder in die Zukunft zu vertragen. Und ich sehe aber auch die Möglichkeit, das bleiben zu lassen. Das heißt, ja, die Krisen sind da. Wann und ob sie zuschlagen, kann niemand sicher sagen. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Deswegen ist es meiner Meinung nach oder so mache ich es auch wichtig, breit zu streuen, auf verschiedene Pferde zu setzen, regelmäßig zu investieren, ab und zu vielleicht aber auch mal gucken, kann ich irgendwo schon mal ein bisschen Gewinne mitnehmen. Also angesprochen bei Kryptowährungen, man muss ja auch nicht jeden Absturz von 80 Prozent mitmachen. Also man kann ja auch zwischendurch mal, vielleicht auch bei einer KI-Aktie mal gucken. Und jetzt einmal, Dirk, bevor wir nochmal so zum letzten Teil des Interviews kommen, nochmal ein bisschen zur deutschen Politik und was mich da stutzig macht. Wenn das Video bis hierhin gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben, kommentiert mal unten rein, wie ihr das seht und was ihr auch zu einer drohenden Bankenkrise 2.0 sagt und lasst ein Abo bei dem Kanal da. Und Dirk, jetzt wollen wir nochmal schauen. Wir haben am Anfang ein bisschen über so ein bisschen abstruse Sachen der deutschen Politik geredet, was ich nochmal interessant fand. Und natürlich, wir wollen, ich will auch persönlich nicht immer auf den Grünen rumhacken, aber irgendwie liefern sie einem dann doch immer so viele Vorlagen. Also am liebsten wäre es mir, die machen es vernünftig und ich müsste gar nicht darüber reden. Aber einmal das von der Katharina Stoller und dann ist Robert Habeck, unser Vizekanzler und Wirtschaftsminister, in die USA geflogen und hat den Amerikanern versucht zu erklären, dass sie ihren Klimaschutz nicht richtig machen. Und obwohl er sich eigentlich nicht einmischen sollte, hat er eigentlich auch noch mehr oder weniger dazu geraten, Joe Biden zu wählen. Da denke ich mir, haben wir nicht gerade in Deutschland genug zu tun, um das man sich kümmern müsste, als jetzt noch mit dem eroberten Zeigefinger in die USA zu fliegen? Das soll man dazu nur sagen. Da weißt du, ehrlich, das ist selten, dass mir die Worte fehlen, aber du weißt nicht, wo du anfangen, wo du aufhören sollst. Also ich glaube, wir hatten noch nie so eine schlechte Regierung, wie wir sie derzeit haben. Das gilt für nahezu sämtliche Bereiche, auch für die militärischen Bereiche beziehungsweise für die sicherheitsaußenpolitischen Themen. Was die Grünen machen am Ende, bei aller Aufregung, die wir hatten, wenn man es nüchtern betrachtet, ist es nichts anderes, als das, was sie auf ihren Wahlplakaten, bevor sie in Regierungsverantwortung kamen, auch immer versprochen haben und was sie gefordert haben. Am Ende ist es, es war immer klar, man hat gesagt, wenn die mal an die Macht kommen, wird es ganz arg, wenn sie das umsetzen, was sie da fordern und sie tun das und jetzt wundert man sich, dass sie das umsetzen, was sie früher mal gefordert haben und es fährt Deutschland wie zu erwarten war an die Wand. Die Frage ist, wäre es unter anderen politischen Parteien denn wirklich so wahnsinnig viel anders in Nuancen? Ja, aber ich sehe da in vielen Dingen einen gewissen Gleichlauf, würde ich mal nennen. Das, was wir hier im Thema Klimaschutz machen, die Welt lacht sich kaputt über uns. Inzwischen steigen reihenweise, steigen die Staaten auch schon wieder aus den Verbrennerverboten aus, weil sie sagen, alles Wahnsinn, funktioniert alles gar nicht. Energieverbrauch, du sprichst es gerade auch die USA an, wenn wir über KI sprechen, wenn wir über Ausweitung der Serverfarmen sprechen, ist den Menschen überhaupt klar, über welche Energiemengen wir da sprechen, über eine Vervielfachung der benötigten Energie und diese Serverfarmen brauchen diese Energie 24-7. Wir haben früher über Serverfarmen gesprochen, die, über die wir heute, zehn Jahre später sprechen, brauchen das zehn- bis hundertfachen, an Energie und die Tendenz ist weiter steigend. Das mit Windrädern zu schaffen, das ist vollkommen utopisch und jetzt, den Bitcoin hatten wir vorhin ja schon gesprochen, auch der ist ja, der braucht ja permanell Energie und nicht nur, um ihn zu erzeugen, sondern auch, um ihn zu erhalten, um ihn zu verwalten, überhaupt zu nutzen, braucht er enorm viel Energie. Was übrigens Gold nicht braucht, wenn es mal gefördert ist, liegt es einfach oben und kostet keine Energie. Aber das ist ein anderes Thema. Deswegen, ich glaube, wir haben da eine sehr, sehr merkwürdige Politik derzeit in Deutschland. Vor allem, wenn ich das an der Stelle sagen darf, macht es mir am meisten Sorge, was die internationale Sicherheit angeht, was auch den Ukraine-Konflikt angeht, wenn ich sehe, wie unsere Politiker, wie leichtfertig, man kann bei allen Argumenten, die man führen kann, pro und kontra, ich will es gar nicht zu sehr vertiefen, aber diese Leichtfertigkeit, mit der wir mit Krieg umgehen, mit der wir Verhandlungen kategorisch ausschließen, das ist etwas, was es unter alten Politikern der alten Generationen meines Erachtens nicht gegeben hätte. Wenn ich an Hans-Dietrich Genscher denke, an Helmut Schmidt, an Willy Brandt, wie immer sie heißen, diese Politiker haben Krieg noch aus erster Hand erlebt. Die wussten, was Krieg bedeutet. Die wissen, wie es sich anfühlt, in einem Bombenkeller zu sitzen. Die wissen, was ein Horror, Krieg und seine Folgen mit sich betrifft. Und die hätten alles getan, um den jetzigen Konflikt, den jetzigen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Sie hätten keine Stunde die Verhandlungen unterbrochen. Die hätten 24 Stunden im Marathon durch Verhandlungen, um irgendeine Lösung zu kriegen, die, wenn auch natürlich unter Schmerzen, irgendwo ein Ende des Tötens und des Sterbens, das Wichtigste, was wir auf diesem Planeten haben, das menschliche Leben herbeizuführen. Und wir haben heute Politiker Politiker in verantwortlicher Position, die gerade raus sagen, Verhandlungen sind böse. Man darf auf gar keinen Fall verhandeln, nicht mit dem. Das ist naiv, das ist Wahnsinn, weil es kostet tausende, aber tausende Leben, nicht zu verhandeln. Am Ende wird es ja doch eine Verhandlung geben. Man wird Russland nicht militärisch besiegen und nach Moskau vorstoßen. Also wird es am Ende eine Verhandlungslösung automatisch geben müssen. Und je länger es dauert, umso mehr Tote gibt es. Und diese Leichtfertigkeit, mit der die Politiker das heute fordern, ich glaube, das hängt schlichtweg auch damit zusammen, dass sie vom Krieg so weit weg sind, dass sie selbst Krieg nie im eigenen Land erlebt haben, dass sie nie in Bombennächten das erlebt haben. Und deshalb es vielleicht leichtfertiger angehen, wenn man den Krieg aus dem Fernsehen kennt, von Videospielen kennt, von Lageberichten kennt oder mal von einem Kurzbesuch irgendwo im Hinterland, aber nie wirklich diesen Wahnsinn mal vor den Ort mitbekommen hat. Und deswegen mache ich mir da am meisten Sorgen über dieses Thema, weil Wirtschaft hin und her, weißt du, da können wir viel diskutieren, ob die Börsen steigen oder fallen, ob Gold oder Bitcoin. Am Ende ist das das Nebensechstigste der Welt, wenn vorne, wo es um alles geht, die Menschen zu Tausenden sterben und dieser Krieg auch immer näher und uns ranrückt, immer mehr die Frage kommt, werden wir damit reingezogen, werden du und ich, unsere Kinder, werden wir in militärische Auseinandersetzungen eingezogen und ich glaube, da sollte man ein absolutes Augenmerk drauf halten und hier sollten wir sein, Achtung, Freunde, wir sind hier zu mutig derzeit und zu wenig demütig der Schöpfung und dem Leben gegenüber. Ja, da hast du recht, denn in den letzten Tagen und Wochen, wenigen Wochen, hat sich diese Lage auch nochmal zugespitzt mit diesem Abhörskandal, dann mit NATO-Truppen in der Ukraine oder nicht. Jetzt hieß es, ja, es sind vermutlich schon helfsmäßig ja nicht an der Front, aber helfsmäßig NATO-Truppen in der Ukraine, um zu helfen und es kommt immer näher und ich meine, ein bisschen, also das Gefühl ist schon noch mulmiger geworden, was einen persönlich angeht, für den Krieg allgemein war es natürlich schon die ganze Zeit mulmig, aber ich meine, ich müsste, ich müsste los, ich müsste ausrücken. Absolut und ich würde es definitiv nicht tun. Also ich habe damals gedient bei der Bundeswehr, es war zu einer Zeit, als es vollkommen unvorstellbar war, dass die Bundeswehr außerhalb Deutschlands jemals eingesetzt würde und da war das für mich so ein Thema Heimatschutz. Ja, also du wirst heute Militär auch brauchen, du wirst leidest immer in einer Welt, in der nicht alle friedlich sind und du wirst auch einen gewissen Schutz brauchen, ein gewisses Militär brauchen, ein rein defensives Militär. Aber das, was wir heute sehen und tun, geht weit darüber hinaus. Wenn Deutschland am Hindukusch verteidigt wird, in Mali Vorwärtsverteidigung, wie man das nennt, früher war es ein Angriff. Ja, und auch nochmal, es geht überhaupt nicht, natürlich ist Russland in der Ukraine eingefallen, die Frage stellt sich doch gar nicht. Und natürlich hat das Ganze eine lange Vorgeschichte und man kann diskutieren, wer hat denn jetzt wen provoziert, was ist wo, wer ist böse. Natürlich ist Putin und ist Russland in der Ukraine einmarschiert. Und da gibt es gar keine zwei Meinungen dazu. Aber jetzt haben wir die Situation und jetzt gilt es, das zu beenden und zwar so schnell wie möglich und das wird am Ende über Verhandlungen gehen. Und deswegen, wer von vornherein sagt, Verhandlungen schließen wir kategorisch aus, sondern stattdessen wollen wir eskalieren mit noch mehr Waffen, noch stärkeren Waffen, weil das bringt den Frieden. Also dieses Argument, das können wir seit Jahrhunderten, dass noch mehr Waffen den Frieden bringen sollen, dass dies der letzte große Krieg vor dem Frieden ist, es hat nie gestimmt, es wird auch diesmal nicht stimmen. Jede Waffe führt noch zu mehr Toten und zu mehr Leid und jeder Krieg, wie hat es mal einer gesagt, jeder Krieg produziert mehr Hass und mehr böse und hassende Menschen als er vernichtet. Und das wird bei diesem Krieg nicht anders sein. Am Ende wird noch mehr Hass übrig bleiben, sehr, sehr viele Tote und man kann nur hoffen, dass so schnell wie möglich hier eine Vereinbarung getroffen wird, dass dieses Töten aufhört und vielleicht lernt man daraus, künftig eine friedlichere Welt insgesamt zu gestalten und weniger auf Macht und Geld und Gier zu setzen, sondern eben auf andere Dinge, die uns Menschen voranbringen. Aber das Interessante ist ja, dass das in den seltensten Fällen von den Menschen unten hervorgeht. Die Menschen wollen in Frieden leben, du und ich und egal wie lange ich auf Reisen bin, ich treffe nur Menschen in allen Ländern der Welt, die mit ihrer Familie, mit ihren Freunden ein glückliches Leben führen wollen und je weiter hoch du kommst, geht es plötzlich um Macht und Gier und Reichtum und das ist am Ende das, was dann die Welt immer wieder ins Chaos und in die Kriege stürzt und das Problem ist eher rechts gegen links und eher oben gegen unten, glaube ich. Ja Dirk, danke dir für deine Ausführungen und letzte Frage jetzt. Wollen wir nochmal versuchen, ein bisschen positiver zu werden nach dem bedrückenden Thema. Welche positiven Überraschungen könnte es denn dieses Jahr in Deutschland noch geben, sei es oder auch in Deutschland und an den Märkten, also positive Überraschungen an den Märkten und positive Überraschungen wirtschaftlich, politisch in Deutschland. Wird dir da was einfallen? Oh, jede Menge. Also von der wirtschaftlichen, also von der politischen Seite her beispielsweise könnte ich mir vorstellen, dass wir, wenn in den USA sind Wahlen, ich bin bei Gott kein Trump-Fan, ganz sicher nicht, aber er war der einzige Präsident, ich glaube, unter dem kein neuer Krieg entstanden ist seit ewigen Zeiten und er hat schon gesagt, er wird sofort zu Verhandlungen mit Russland bereit sein. Also es wird dann möglicherweise der Krieg enden und das wäre für uns natürlich auch sehr von Vorteil, wenn dieser Krieg in irgendeiner Weise eingefroren wird und in eine Verhandlungsphase übergeht. Also das könnte durchaus was Pursives sein. In Wahljahren waren die Börsen in der Regel gute Jahre. Wir sehen auch tatsächlich, wenn wir über die Bewertung an den Märkten sprechen, man kann über die hohen Kurse jammern, wie man will. Sie sind nicht brutal überbewertet. Ich gehe durch die einzelnen amerikanischen Aktien durch, gucke mir die Kursgewinnfalt, die Kurs-Cashflow-Verhältnisse an, schaue mir ihre Ergebnisse an, ihre Bilanzen, ihr Gewinnwachstum, auch die Prognose und sage, ist jetzt nicht billig, aber es ist auch nicht vollkommen wahnsinnig übersteigert. Selbst bei der NVIDIA nicht, wenn ich die Zahlen zugrunde lege. Wenn wir ein anderes Wachstum für die Zukunft sehen, wenn wir da andere Zahlen erwarten, dann ja. Aber mit dem, was wir jetzt auf dem Tisch haben, sind die Bewertungen okay. Also da ist jetzt nicht, dass man sagen muss, oh, jetzt muss es groß einbrechen, weil die Bewertungen nicht stimmen. Das hatten wir schon anders gehabt. Also von daher kann man durchaus positiv über solche Dinge nachdenken. Vor allem, ich glaube, das ist das Wichtigste, was mir im Moment auch unglaublich Hoffnung auch macht. Die Welt wird seit Jahrhunderten immer besser. Zwar immer in Wellen, aber sie wird immer besser. Ich sage mal ganz provokant, wir verbrennen schon seit geraumer Zeit keine Rothaarigen mehr auf dem Marktplatz. Die Zeiten sind durch. Und das zeigt immer mal ein großes Beispiel, wo wir herkommen und wie viele Dinge sich verändert haben, wie gut es uns inzwischen geht, wie weit die Welt sich verändert hat. Und trotz der Kriege sterben so wenig Menschen weltweit an Kriegen, wie selten, wie nie zuvor in der Geschichte prozentual zur Bevölkerung. Also es verändert sich sehr vieles zum Positiven. Und das Wichtigste, das sehe ich bei den Menschen um mich herum, die Menschen fangen an, neu zu denken, fangen an, ihre Einstellungen zu verändern. Mir selbst geht es so, während ich mich früher über viele Dinge aufgeregt habe, Politik, Wirtschaft, Börse, dies und jenes, ich begleite das immer noch und kommentiere das so, wie wir das heute auch machen. Aber viel wichtiger ist eine innere Einstellung, einen inneren Frieden zu finden. Zu sagen, das, was ich in mir an Glück, an Frieden habe, da gebe ich dem, was um mich herum ist, gar keine Macht, darauf Einfluss zu nehmen, sondern es ist mir, für mich inneres Glück, egal was außenrum passiert, ich habe zu trinken, ich habe zu essen, ich habe warm, der Rest ist für mich persönlich Luxus. Wenn ich es habe, gehe ich dem nicht aus dem Weg, nehme ich gerne an. Wenn ich es morgen nicht mehr habe, auch recht. Mein inneres Glück hängt davon nicht ab. Das gibt eine gewisse Freiheit, dass es mir mehr oder weniger egal ist, was die Politiker entscheiden. Ich verlasse mich auf mich selbst, auf meinen inneren Frieden. Und das sehe ich bei vielen Menschen um mich herum, die anfangen umzudenken, die sich anfangen, von diesen äußeren Einflüssen zu lösen, die weniger Nachrichten schauen, die sagen, lass mich mit dem Kram in Ruhe. Es geht um ganz andere Dinge, ganz andere Werte entwickeln sich. Und das ist durchaus auch eine Folge dieser permanenten Krisensituation, die wir aus ihm außen haben, dass die Menschen anfangen, Mechanismen zu entwickeln, sich davon zu lösen, zu sagen, warte mal, lass doch mal die Krise außen vor. Ich gucke mal, was in mir drin ist. Da habe ich doch eigentlich alles, was ich brauche. Jetzt im Moment, wenn du das mal selbst für dich prüfst, wenn du jetzt im Augenblick darüber nachdenkst, was fehlt dir jetzt? Wirst du feststellen, gar nichts. Du hast keinen Durst, du hast keinen Hunger, du frierst nicht, du bist nicht krank, dir fehlt gerade nichts. Und wenn du dir diese Frage jeden Tag mal stellst, wirst du immer die gleiche Antwort haben. Nichts. Nichts fehlt gerade. Es ist immer nur die Sorge, dass morgen was fehlen könnte. Aber tatsächlich fehlt dir eigentlich nie was. Außer irgendwelche Luxusgeschichten, die du unbedingt haben willst. Aber wenn man sich davon mal löst, zu sagen, nein, ich muss nicht das neueste Handy haben, ich muss nicht die geilste Uhr haben, ich muss nicht das haben, sondern ich bin mit dem glücklich, wie es ist, dann kann man sehr, sehr entspannt in diese Zukunft schauen. Und ich glaube, es ist eine Zeit, in der die Menschen anfangen umzudenken, in der die Menschen anfangen, die inneren Werte sehr, sehr viel stärker sich darum zu kümmern. Und bevor man die Welt verändern, sollte man erst mal an sich selbst anfangen. Ja, Dirk, danke dir für die schönen Schlussworte. Es war ein sehr spannendes, interessantes Interview mit vielen Aspekten. Danke dir. Ich danke dir ganz herzlich. Gerne bis zum nächsten Mal. Und es passt auch zum heutigen Video, auch zu dem, was Dirk gesagt hat. Wie immer meine Schlussworte, bleibt investiert. Vielen Dank.